Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Ich sage aber direkt keine Sorge, die Folge wird heute nicht lang, ich möchte nur ein kurzes Update geben. Ein kurzes Update zu Pall Dadde, über die Pressekonferenz sprechen und ich möchte über die Lage bei unseren Verletzten sprechen. Denn so langsam leert sich die Liste unserer Verletzten und das ist für den Endspurt unfassbar wichtig. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und sprechen wir genau erstmal über die erste Thematik, denn es geht um unsere Verletzten. Erstmal zwei Spieler, die jetzt die letzten Woche gefehlt haben, sind jetzt wieder im Teamtraining mit dabei und zweimal ist Boetsis wieder im Teamtraining dabei. Aber noch viel wichtiger, Shidera Ayuke ist endlich fit, er ist endlich im Teamtraining mit dabei und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich in die neue Taktik integriert werden kann und dass er auch so schnell wie möglich wieder im Kader steht. Ich finde, seitdem Shidera Ayuke weg ist, merkt man, wie unsere Offensive in sie zusammenfällt. Marco Richter kann diese Lücke halt eben nicht füllen und dann ist man halt ehrlich, dann haben wir keinen Ersatz für Ayuke gehabt. Wir hatten auf der linken Flügelspielerposition ein paar Notfalllösungen, zum Beispiel Marco Richter oder halt eben Derry Scherndt und beides hat nicht so geklappt. Shidera Ayuke bringt unsere Offensive dieses unberechenbare Element. Sehr viel Tempo, gutes Dribbling, dafür natürlich einen nicht so guten Abschluss, aber ich glaube trotzdem, dass er unsere Offensive echt bereichern könnte, dass er wichtige Pässe, Flanken schlagen könnte und vor allem im Endspurt nochmal so, ich sage mal, ein Überraschungsfaktor wäre. Ich bin froh, dass Ayuke wieder mit dabei ist und tatsächlich bin ich auch froh, dass Boezus wieder mit dabei ist. Boezus, ihr wisst es, ich brauche gar nicht lügen. Ich habe ihn sehr oft kritisiert in den letzten Spielen, als er gespielt hat, aber sehen wir es mal so, das restliche Mittelfeld, das heißt das Quartett um Boateng und Serdar, die machen es nicht gerade besser. Dort könnte auch ein Boezus spielen und wäre auch nochmal eine zusätzliche Alternative. Konkurrenzkampf im Mittelfeld tut ganz gut, ich bin froh, dass beide wieder mit dabei sind. Dabei muss man eben noch sagen, bei Insona gab es offenbar einen Rückschlag, Insona ist leider noch nicht mit dabei. Und auch bei Jovetic, Jovetic musste das heutige Training wegen muskulären Problemen aussetzen. Da spielt er einmal 90 Minuten und fehlt schon wieder. Es ist unglaublich und es zieht sich durch die ganze Saison. Okay, soviel zu unseren Verletzten und jetzt geht es um Paldade. Ich glaube, ich habe es gestern Video nicht gesagt, ich glaube, das gestern Video kam kurz, bevor die Nachrichten offiziell bestätigt wurden. Aber für die, die es noch nie mitbekommen haben, ich glaube aber jeder hat es mitbekommen, Paldade ist neuer Trainer von Hertha BSC. Und ganz im Ernst, ich finde, es ist nahezu die beste Lösung, die dieser Verein eigentlich hätte wählen können. Paldade kennt den Verein, kennt einen Großteil der Spiele aus, jetzt die, die halt eben in diesen Sommer und im letzten Winter gekommen sind. Und von daher muss man eben sagen, er weiß an welchen Schrauben er drehen muss. Er hat die Entwicklung von Hertha BSC in den letzten Wochen und Monaten verfolgt. Er war immer mal wieder, ich glaube sogar fast immer im Stadion anzutreffen, hat sich die Spiele angeschaut. Und ich glaube, Paldade ist schon fast die beste Alternative, die man haben kann. Er liebt diesen Verein, er lebt diesen Verein. Obwohl man ihm zweimal den Rücken gekehrt hat und ihn quasi zweimal rausgeschmissen hat, kommt er ein drittes Mal zurück. Und das ist absolute Loyalität und man muss Paldade wirklich dafür danken, dass er sich diese Mammutaufgabe irgendwie zutraut. Man muss aber sagen, die Lage ist wirklich echt schlimm. Wir brauchen in den letzten sechs Spielen, das habe ich mal ausgerechnet, wir bräuchten im Idealfall drei Siege und einen Unentschieden. Das heißt, zehn Punkte wäre schon gut, wenn wir die irgendwie holen. Und vor allen Dingen kommt es ganz oft noch an, wie oft unsere Konkurrenten punkten. Unsere Konkurrenten, zum Beispiel Schalke und Bochum, aber auch teilweise auch Stuttgart, haben ein wirklich hartes Restprogramm. Wir spielen noch gegen zwei direkte Konkurrenten, nämlich gegen Stuttgart und gegen Bochum und haben dann auch noch so Gegner dabei, für die es nicht immer um wirklich was geht. Zum Beispiel Köln oder eben Werder Bremen. Von daher ist es verdammt wichtig, dass wir die Duelle zu Hause gewinnen. Und wenn wir alle Duelle zu Hause gewinnen, dann sollten wir es eigentlich schaffen. Aber wir wissen selbst, es wird eine riesige Aufgabe. Und Paldade hat eben auch auf der Pressekonferenz gesprochen. Was soll ich sagen, auf der Pressekonferenz, für mich als Außenstehender, hat er wirklich einen lockeren und humorvollen Eindruck gemacht. Ich fand die Pressekonferenz super, ich freue mich wieder auf die Dardai-Pressekonferenz. Die sind mir wirklich gefehlt. Bei dem, was ich dann in der Zwischenzeit mit Korkut oder so erleben musste, bin ich froh, dass jetzt endlich wieder Dardai da sitzt. Und dass ich mir echt das anhören kann, was er zu sagen hat. Denn er hat immer einen konkreten Blick auf die Situation. Er hat auch gesagt, dass wir sehr viel Glück brauchen, beziehungsweise etwas Glück brauchen, aber eben auch harte Arbeit. Aber das harte Arbeit alleine nicht ausreicht. Und ich finde, da hat er recht. Ganz klar, meiner Meinung nach, wurde zu spät gehandelt, was den Trainerwechsel angeht. Ich finde, man hat es doch schon vor vier, fünf Spielen gesehen, dass Sandro Schwarz, sage ich mal, nicht den größten Einfluss hat. Dass er die Ergebnisse einfach nicht holt. Und dass es irgendwie bergab geht. Von daher finde ich, dass man etwas spät gehandelt hat. Und dass es sogar vielleicht zu spät sein könnte. Aber Paldada jetzt einzustellen, das ist mal eine richtige Entscheidung. Wie gesagt, die Pressekonferenz fand ich super. Und er hat auch so ein paar Marschrouten angekündigt. Zum einen, die Jugend soll mehr in den Fokus gerückt werden. Die Jugendspieler, möglicherweise die in der 19 oder in der 17 spielen, könnten möglicherweise eben auf den einzelnen Positionen spielen. Zum Beispiel, wir haben ja gar keinen Zehner. Und Paldada hat gesagt, ja der Boateng, der ist natürlich etwas älter. Und da könnte ein Jugendspieler auf die Position rücken und dafür in den Kader reinrutschen. Und ganz im Ernst, das finde ich gut. Jugendspieler sind durch unsere GUT-Akademie natürlich das Herz des Vereins. Und die Jugendspieler jetzt schon heranzuführen, ist natürlich extrem mutig. Aber wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, können wir auch sagen, dass die es nicht schlechter machen würden als unsere ursprünglichen Spieler. Denn die sind momentan echt nicht gut. Aber auch bei den Spielern ist Paldada wirklich beliebt. Ich finde, man hat auf Instagram gesehen, in den Kommentaren, wenn da ehemalige Spieler wie zum Beispiel Davy Selk oder Matthias Cunha sich positiv zu dem Trainerwechsel äußern. Ich hoffe, dass jetzt dieser Trainereffekt eintritt, dass wir Bremen besiegen müssen. Denn für mich steht eine Sache fest, besiegen wir Bremen nicht, ist es eigentlich schon fast unmöglich. Besiegen wir aber Werder Bremen, dann ist tatsächlich noch alles drin und ich glaube an den Klassenerhalt. Dardai hatte während dieser gesamten Pressekonferenz wirklich einen nüchternen und neutralen Blick auf die Situation. Er hat teilweise eben auch einfach angesprochen, was fehlt. Zum Beispiel sage ich jetzt mal das Zentrum, die Zehnerposition. Dort fehlt es einfach an Klasse und Kreativität. Es fehlt dort an Qualität. Das hat er kritisiert. Und da könnten halt, wie gesagt, die Jungspieler ins Visier rutschen. Und vielleicht sogar bei den Profis einzelne Trainingseinheiten absolvieren und dann mit dabei sein im Kader. Dardai hat auch eben, wie gesagt, die Führungsspieler bis hierhin so ein bisschen kritisiert. Er sagt, dass man jetzt die Führungsspieler formen muss. Dass die Führungsspieler jetzt aus ihrer Rolle heraustreten müssen und nochmal mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist total gut. Und ich sage, so wie es ist, Plattenhard als Kapitän, für mich als Außenstehender, ja, ich finde sogar mehr ist ein Toussaint-Kapitän als ein Plattenhard. Ich finde, uns fehlt es einfach an richtigen Führungsspielern. Jigerji, der auch in seiner Rolle irgendwie immer mehr so rausgewachsen ist. Der seit dem, ich sage es mal, seit dem Gladbach-Spiel auch keine guten Spiele mehr gemacht hat. Und ich finde, wir brauchen jetzt mehr Führungsspieler, Spieler, die Verantwortung übernehmen. Und Tag und Nacht daran arbeiten, zu kämpfen. Die Mentalität, die möchte Dardai herauskitzeln. Und das finde ich gut. Ich denke mal, die nächsten Spiele wären kein Augenschmaus. Es wird Defensivfußball der feinsten Art und Weise sein. Und irgendwie schauen wir, dass wir hinten die Maschen dicht halten, nichts zulassen und vorne irgendein Ding über die Linie ballern. Auch Standards sollen nochmal ein Thema werden, laut PK. Und ich hoffe, dass darin intensiver gearbeitet wird. Dann sind wir mal ehrlich, die Standards unter Sandro Schwarz. Haltet euch fest, wir haben in 142 Ecken. Mit dem Schalke-Spiel sind es wahrscheinlich 150 Ecken. Wir haben in 150 Ecken kein Tor gemacht. Union schießt alle 12 Ecken ein Tor. Das muss man eben vergleichen. Auch übrigens gegen uns im Derby. Geile Sache. Und jetzt ist das Ziel der Klassenheit. Und danach kann man weiterschauen. Es wird unfassbar hart. Aber ein Dardai gibt nochmal Hoffnung. Und diese Hoffnung, die brauchen wir jetzt absolut, um daran zu glauben. Und auch die Spieler brauchen diese Hoffnung. Aber vielleicht auch gegen Bremen, endlich loszulegen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wollte die Folge heute wirklich nicht lange halten. Es geht mir nur darum, hier ein Update zur PK zu geben, über die Plätze zu sprechen. Morgen kommt Abstiegskampf-Update. Das ist natürlich mit einer Extra-Edition, weil ja Hertha BSC jetzt auf dem 18. steht. Darüber wollen wir morgen sprechen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns. Schönen Tag ist noch. Übrigens, heute Vormittag kam ein Stahlvlog online. Schaut euch ganz gerne diesen Stahlvlog noch an. Wir sehen uns jetzt aber. Schönen Tag ist noch. Und tschüss. Schönen Tag ist noch.